So Bührer, jetzt gibt es hier mal ein paar schöne ältere VEGO-Raketen, da geht es hier los mit der Echtbrot-Rakete Rot. Na ja, war jetzt nichts besonderes, dann machen wir hier die schöne alte Leuchtkugel-Rakete. Als nächstes die Exportrakete BUND. Dann haben wir hier die Sandstorm-Rakete. Sogar mit Verleger. Und als letztes die große IOW-Rakete Clou-Stars. Schöne Blinker. Schöne Blinker.